hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von DRAGENSONG ONLINE ich vercrafte meine ganz alte Waffe die damals noch den goldenen Krippwert drauf hat und naja das was dann herauskommt also ich habe gehofft dass eine Waffe rauskommt und ich dachte mir so hmm würdest du die Waffe annehmen wenn da die Krippwertung und Verzauberung drauf ist da habe ich mir gefragt ich gehe mir vielleicht näher ans Mikro vielleicht ist das jetzt lustig ja da habe ich mir einfach mal gefragt hätte sie denn das angenommen wenn da Krippwertung drauf gewesen wäre und wahrscheinlich nein ich hätte es wahrscheinlich nicht angenommen einfach weil Krippwertung auf auf der Waffe heutzutage halt einfach nicht immer so gut wie es wie früher es war früher war ja quasi genau so ein Wert perfekt ich glaube zwei Punkte mehr wäre Maximalwert gewesen damals damals war ja noch äh äh Kripp und normaler Schaden da drauf und der Waffenschaden also der erhöhte Damage auf diesen äh Tim hieß früher Prozent Waffenschaden es rechnet sich immer genauso gleich und naja ich habe halt gehofft dass ich da jetzt äh äh ja zumindest es wäre halt geil gewesen hätte ich diese 79% noch bekommen aber das wurde halt nix mittlerweile versuche ich halt immer mehr die Waffe zu zu craften ich warte auch halt nur noch mit Goldwerten das heißt äh zweimal meine guten Items also die mit zweimal äh die lege ich mit dreimal Gold und dann packe ich mindestens äh zwei Items also zwei Zusatzleges die dann zerstört werden die jeweils ein Goldwert haben dazu letztlich hatte ich dann drei Goldwerte zusätzlich weil ich äh eine gedroppt hatte die zwei Goldwerte hatte hab dann probiert und naja übernimmt halt immer nur zwei Goldwerte und das ist also es ist quasi egal ob ich Trash Items äh mitnehme oder halt nicht es bleibt immer das gleiche und jetzt nochmal zwei Legis to Craft mit dreimal Gold muss ich auch einfach sagen das ist einfach nö weil bis man da angekommen ist es dauert auch wieder abartig lange Zeit ist auch übertrieben nervig einfach nur nervig aber ich konnte zumindest letztlich meinen Ring craften das ist zumindest mit Trost so kann ich dann das Dragon Event schön farmen und hoffentlich einen guten Ring abstauben mit guten Goldwerten und so weiter am besten Gold, Crit und Gold leben auf dem gleichen Item von mir aus kann der Schaden ein recht schlechter Wert sein aber ich soll auf jeden Fall zwei gute Werte im Leben und im Crit sein Leben deswegen weil man durch die Runen halt da oder in der Ring halt halt Leben ne und mit den Runen kann man halt eine Menge rausholen und dann ist mein Set auch wieder noch etwas defensiver deswegen nehme ich hier auch den Tränengriff weil der halt auch Leben hat und halt Schaden und weil man von kritischer Trefferwertung halt eh genügend haben wird okay mit dem nächsten äh mit der nächsten Stufe könnte ich vielleicht ein bisschen daneben liegen weil ich glaube ab der nächsten Stufe braucht mussten müsste man schon wieder ein zwei Items wechseln damit man die Crit-Wertung erreichen könnte ja ja aber okay okay naja und wie geht es mit dem Kanal weiter also ich muss sagen seitdem Infernal 3 raus ist beziehungsweise seit dem neuen Jahr da bin ich mehr ähm hab ich mir wieder mehr Bock auf Videos machen und da will ich auf jeden Fall einen Push bekommen ich glaube letztlich äh durch ein paar Kommentare äh die haben mir so eine Power gegeben etwa schon very nice ich mein very nice you see no difference but there is a difference here very nice it's not a very nice very nice very nice ooh somebody touch my spaghetti ja wie weiß ich mach halt zur Zeit abartig viele Infernal 3 äh lauf äh Dingsbums wie sieht man ja auch hier Rerold im Anschluss hier quasi jetzt die ganze Zeit äh mega schnell verschnellert weil äh dazwischen ist halt mega bläh und deswegen naja also das waren ich hab da ja da hab ich einfach mal OBS laufen lassen wollte eigentlich nur einen kurzen Anfang mitnehmen und naja es kam halt dazu dass ich vergessen hab das auch auszumachen und dann wurde halt die komplette Farming Session aufgenommen und ey der Rausch kann ich hier noch ein paar Videos machen ja da werden so die nächsten Tage ein paar Herold Zeugs kommen was ich ziemlich gut finde ja also ich find das gut allerdings allerdings ist mir nix so tolles gedroppt also die Waffe die ich haben wollte ich mit mir ist kein okay also er wurde quasi schon gespoilet aber ich sag mal ja für egal also mir ist keine Waffe gedroppt also nicht nicht eine einzige Waffe ich glaub am Anfang sind mir ein paar Legi Zweihänder gedroppt aber dann danach wirklich noch nicht mal mehr Legi Waffen sind gedroppt wo ich mir so dachte so das Spiel hasst mich das Spiel hasst mich so hart H为了 Bonзキ Et Funciosa sind uns jetzt gerade eben gestorben aber das ist mir geiu Officer Wir sind jetzt gerade wieder gestorben also äh die Assists gehen an mich Joooah uff pouvait oder Aber wenn man da reinpustet, sieht das nicht lustig aus. Dann geht es erst rauf und dann fährt er runter. Jo, was geht sonst noch ab? Jo, halt der Kanal geht halt ab. Ich dachte mir so letztlich so, hm, gönne doch mal ein neues Mikrofon. Da bin ich ein bisschen durchgeguckt und dann bin ich auf eines gefunden, was ich unbedingt haben möchte. Jo, allerdings muss ich dafür Geld sparen, wenn das kostet insgesamt, also alles zusammen, so 600 Euro, hier Mikrofonarm, das Mikrofon selber, ein XLR-Kabel und dann auch ein Audiointerface. Ja, ich habe da schon, äh, in anderen Versen habe ich auch noch nachgeguckt, gibt es das nicht ein bisschen billiger und ohne den ganzen Schnickschnack, da habe ich dann auch was gefunden, aber denke mir dann so, hm, 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 also entweder kann man jetzt auch wieder sich so ein mittelmäßiges Ding holen oder man wartet noch und gönnt sich dann wirklich mal was richtig Gutes. Ich meine, mittlerweile habe ich quasi, also das Mikrofon aus Autotechnica AT2020, das war ja irgendwie auch so 150 oder so. Aber ich will halt ein besseres für den, ja, aber mal, mal sehen, mal sehen. Erstmal, erstmal wieder aktiver werden deswegen. So, ich würde mal sagen, das war's dann für dieses Video, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, lasst mal ein Like da, hojo, dann sieht man sich im nächsten Video wieder, tschüss. Ja. Ja.